VFRTV wird Ihnen präsentiert von Cloud4U, Ihrem regionalen Partner für sichere Hosting und Cloud-Services. Servus liebe VFR-Fans, wie ihr seht die Tribünen sind noch leer im Hintergrund, aber am Freitag gegen Hansa Rostock brauchen wir wieder eure volle Unterstützung, damit wir unsere Serie von 5 ungeschlagenen Spielen aufrechterhalten können. Wir haben ein spezielles Angebot für euch, ab 5 Personen gibt es einen super Gruppenrabatt, die Karten oder den Rabatt könnt ihr an der Abendkasse oder im VFR-Fanshop euch besorgen und packt alle eure Geschwister, eure Verwandten, Oma, Opa ein, kommt ins Stadion und unterstützt uns tatkräftig, damit wir hier einen schönen Freitagabend mit hoffentlich 3 Punkten erleben können. Vielen Dank und bis Freitag. Ihrem regionalen Partner für sichere Hosting und Cloud-Services.